hallo und schön dass ihr dabei seid bei dieser folge angezockt von star wars battlefront und ja ich will euch einfach ein bisschen was zeigen hier seht ihr das ist der spiel screen man kennt natürlich in season pass vorab spielen so paar tutorials missionen das ist single player multiplayer gibt es sammeln man kann sein charakter natürlich hier ein wenig pimpen mit hier allerlei gimmicks dass es nicht langweilig wird die kann man dann alle sozusagen equippen plaster gibt es ja ein paar verschiedene und natürlich zu guter letzt kann man auch noch seinen charakter so ein bisschen verfeinern und schauen wenn man sagt man will einen weiblichen sturm oder truppler oder ein sturm truppler ohne helm dann gibt es das aber ich finde es eigentlich der männliche mit dem klassischen finde ich eher am coolsten also von dem her aber da gibt es einiges und am ende natürlich den schatten truppler ja dieser noch mal viel bisschen lässiger sind dass da kann man es aussehen anpassen diorama da kann man sich noch mal ein bisschen inspirieren lassen und in die welt von star wars eintauchen im diorama hoffentlich dauert nicht zu lange willkommen erhalte um eine ultimative sammlung aufzubauen ja den a t und t dass man den bekommt und luftspeeder da kann man das hier so ein bisschen ja sich dahingehend noch mal eine kleine wenig dem sammeltrieb verschreiben am ende für den einen oder anderen bestimmt auch interessant sein diorama da zu füllen die statistiken ihr seht ich bin rang 4 habe eine kill und verlustquote keine ahnung oder todesquote von 1,6 ja keine ahnung ob es gut oder schlecht ist natürlich die steuerung und alles andere was man einstellen kann aber wir werden den multiplayer jetzt mal ein bisschen anzocken und hier gibt es mehrere verschiedene gefechte es gibt das klassische gefecht besiegt mehr gegner als das andere team um die schlacht zu gewinnen das natürlich simpel aber hier gibt es keine möglichkeit mit flugzeugen oder sowas zu spielen dann trünen alarm da sind maximal 12 den kampfläufer angriff da sieht man da sind helden verfügbar da sind fahrzeuge verfügbar und maximal spieler sind 40 stück dann hier in einem raumjäger und den luftkampf dominieren vorherrschaft in einem gnadenlosen kampf an den planeten vertreiben gefecht bracht abruf zonen also es gibt hier so ein bisschen was für jeden und ich denke mal wir werden uns was werden wir denn spielen ja den gnadenlosen kampf um den planeten die vorherrschaft die würde ich das sagen ist heute genau richtig wir spielen die rebellen kann ich jetzt schon mal auf beitreten setzte alle erforderlich mittel ein um den feind zurück zu bringen erobere seine kontrollpünkte während du die eigenen verteidigst ja das ist doch ich würde mal sagen der ganz klassische modus so wie meine sonst auch immer kennt ich habe hier schon meine standardhand ausgewählt ich habe ja gar nicht überhaupt mehr ich könnte hier noch nichts mehr upgraden weil das sind die credits die man bekommt für die spiele es gibt auch noch mal hier upgrades in den einzelnen sachen die man hat ansonsten wir spielen es gibt den plast habe ich erforscht das ist der standard plaster aber wir werden mal mit dem cluster spielen den wir schon haben und das spiel gestartet dementsprechend nun aber rein über den pfeiligen kontrollpunkt ja man könnte im partner start aber mein partner ist schon gestorben und naja von dem her lasst uns doch mal loslegen was schon mal schön ist man kann nicht nachladen man hat keinen reload sieg das war eine schnelle runde natürlich werden wir jetzt gleich noch mal eine spielen aber dass ich hier unten mit null punkten am ende da stand ist nicht so außergewöhnlich und man sieht hier auch immer so eine kleine famous wert die meisten kills kontrollpunkte verteidigt höchsten einsatz gezeigt und sonstiges also da ist dann am ende auch noch ein bisschen was dabei um sein penis ein wenig auszugleichen ja ich kriege spielbonus und auszeichnungen sieg bonus also 3000 xp fürs nichts tun das sind 300 credits ja das habe ich doch jetzt mal gern mitgenommen aber wie gesagt wir wollen jetzt ein wenig zocken spielstart in 28 sekunden man kann ja natürlich noch in party einladen oder seinen partner auswählen bei dem er dann auch immer spawnen kann sonstiges ist dann natürlich hier so ein bisschen das thema zusammenspiel ein bisschen vielleicht mit klarnis und homies zocken aber wir wollen jetzt einfach nur mal daddeln und uns das spiel genüsslich in ruhe anschauen so naja wieder den feindlichen tollpunkt erobern wenn wir das dann gegner kontrollpunkt erobert wird um das spiel zu gewinnen das glaube ich ist jetzt nichts außergewöhnlich neues wir haben den plaster den ich neu habe und los geht's man sieht schon das gewusel geht natürlich am anfang los das spiel ist ja auch ganz offiziell heute um 0 uhr erst erschienen also wenn ihr das video seht ist es dann gestern gewesen also von dem her ganz 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 frisch da ist schon einiges los und da gibt es auch so upgrades hier drüben das ist eins man weiß noch nicht so ganz was ist ein truppschild kann man jetzt hier aufbauen und dann ist man hier drin safe so und da ist jetzt naja okay man ist von scheinbar von einer gerade nicht selbst nur vom blasterfeuer waren wir bisher auch unbekannt aber gut das haben wir zusammen rausgefunden ja auch das hat mich da aus den schuhen gejagt krass ich habe gerade echt eine runde gespielt und die lief direkt gut mit spiel hier eine runde und die läuft direkt schlecht aber hauptsache mein team macht es vor rücken das schaffe ich gerade noch hoffe ich so kill assist gab es hier in der stelle mal naja wie plastik bringt mir jetzt nix ja langsam sollte auch hier was werden da ist mir gerade der uns um die ecke gekommen als sie eigentlich gerade sein mate fertig gemacht habt ärgerlich 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 aber nicht verzagen akaramba fragen da ist wieder ein upgrade das nimmt diesmal mein kollege auch gut hauptsache es ist was sinnvolles es wird genutzt das muss man sich auch passen helden sammler objekt so jetzt kann ich hier sogar auch ist das cool habe ich mich noch kein einzigen ding gespielt hier kein einzigen helden aber von dem her ist es umso schöner wenn ihr jetzt dabei seid und ich finde boba fett schon nach immer von star wars her vom style her sehr sehr geil versuch gar nicht erst dich zu verstecken ja jetzt der plan wer vorwalt hat mich zu gehen wie ich ja ich kann ich halte er sich auch wo das ist die frage scheinbar nicht scheinbar bleibt die hp so aber egal das müsste reichen ja bisher konnte ich hier mit ihm gut gut performen aber der letzte hat mich dann doch gekillt trotzdem schön zu sehen wie die helden funktionieren oder einer davon ob er fährt wie gesagt einer meiner favorites im star wars universum da hat er sich gerade so natürlich an das mg stellen können in der zeit wo ich hier ihm auf dem leim gegangen bin vielleicht kann ich sogar noch eine sache zeigen und zwar die flugzeuge so du wirst diesmal aber tot so habs flugzeug so jetzt kann ich euch zeigt auch noch wie der geht so da habe ich jetzt hier praktisch kann da so ein bisschen schießen ja der hat mich hier der ewing ganz schnell fertig gemacht ohne dass ich jetzt wirklich so auf dem schirm hatte ihr seht ich bin immer noch ein bisschen planlos aber das ist natürlich auch ja ich habe gerade keine planaten so jetzt aber nun hier rein oder geht es also stark und aber ihr seht so sorry 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 granate ist natürlich ordentlich und aber man sieht man lässt sich dann hier wieder auf also einfach ein bisschen zeit dazwischen bringen der slug macht euch mit einem schuss fertig so rede zerstört auch der weg da steht noch der andere dachte da kann ich jetzt in ruhe und entspannt runter aber nee das war nix so das ist hier sonst weil ich meine jetzt kommt der andere und der luk mehr vor mir gewesen den hätte ich fertig gemacht ist das ärgerlich aber der fliegt sehr gut muss man sagen aber bisher läuft sie gesagt von dem her sehr sehr gut für uns aber ich will jetzt nicht fliegen ich will ja was habe ich da jetzt naja das bringt jetzt hier drin nix aber gut egal nein ich dachte ich geht schneller so wo bin ich denn ach eben auf platz 5 das eigentlich ganz solide würde ich das dazu sagen wir müssen da rein müssen das ding der ober wer eine thermal imploder die sind ganz schön fies die machen richtig schaden und haben auch einen ordentlichen springradius dabei das finde ich gut dass hier so ein 80 da unterwegs ist ja die sind wir stehen da drin gut aber man sieht ich habe da zwei gegner mit einer granate mitnehmen können aber die verteidigen da schon bombig ober fett da jetzt in der luft hier unterwegs auch einfach ein cooler style und man muss sagen optisch ist das game wirklich ein pärchen also jetzt gerade auch grafik ultra natürlich alles am start um euch das wirklich in bester manier zeigen zu können wieder hinter mir was als wollte ich ja unbedingt das power upgrade bekommen aber er sieht die stellung ist ja wirklich stark verteidigt oder ist ein upgrade direkt vor meiner nase das nämlich noch gerne der thermal imploder kann ich diesmal für den gegner nutzen so jetzt habe ich hier mal alles reingejagt was da geht wir hatten auch ein thermal imploder ich muss mich jetzt hier ein bisschen wieder sammeln restrukturieren ja da ist das jetzt gestanden aber auch ich konnte mit meiner granate noch ein mitnehmen aber es ist schon unglaublich unglaublich action lastig das kann man schon ganz klar hier an erkennen so da oben ist gerade der verlust von einem punkt mit einem gegner drauf hätte ich vielleicht eine granate zünden können aber ihr seht meine leute rennen jetzt auch schon rein wichtig ist dass der punkt uns gehört die augen nach rebellen offen der kontrollpunkt ist unser jetzt wie gesagt hier oben den noch 2 hp noch 2 hp das ist scheiße wenig so diesmal spitzen spieler ausgeschaltet exklusive serie also da ist für was für jeden jetzt dabei da waren auf einmal auch dann zu viele hat das hinterher gesehen da waren dann drei leute also das ist gerade echt hier ein richtiger krieg als wirklich eine schlacht im allerfeinsten sinne so mal da noch eine granate rein die richtung zumindest mal schauen wir sie jetzt sucht reden gleich ist der letzte so das war mein sprengsatz bonus ja und da steht er noch ich dachte eigentlich dass der da nicht so hinter dem blaster so gut geschützt ist aber ist er wohl doch der hahn solo ist dabei es geht so und es geht so und sieg wir haben gesiegt und ich habe eigentlich ich habe auf jeden fall anteil daran gehabt und nicht nur mit gespielt 19 kills 17 mal auch gestorben also ich bin schon auch oft gestorben aber ist mir egal ich bin noch nicht dafür dass ich noch nicht so lange spiel bin ich mit platz 6 von 20 extremst zufrieden der medisam war mit 36 kills natürlich überragend und jetzt seht ihr auch noch mal wie gesagt das system hier richtig man sieht für den kampf gibt es punkte dann für das einsatz ziel in dem fall naja null auszeichnung habe ich ein paar spiel bonus 1500 sieg bonus gibt es auch noch ein bisschen und so ergibt sich der rang zustande gesamtpunkte und die credits die man am ende dann eingelöst bekommt ja das war's ich hoffe euch hat dieses angezockt von star wars battlefront gefallen ich hoffe ihr lasst mir doch einen daumen dafür da und wenn ihr mehr angezockt sehen wollt dann schreibt doch das auch in die kommentare bis zum nächsten mal euer al karamba